Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer kleinen Bonus-Folge zu Elden Ring. Wundert euch nicht, das ist eine Aufnahme aus dem Stream. Neben den fünf Videos habe ich noch einen Stream gemacht zum Network-Test und habe da extra eine neue Klasse genommen, bin andere Wege nochmal gegangen, habe da dementsprechend neue Gebiete entdeckt, richtig interessante Gebiete, neue Feinde, neue Gegner und einen neuen Boss. Und ich dachte mir so, als Bonus-Folge lädt es nochmal hoch für die Leute, die nicht dabei waren. Und ich finde das ganz geil, auf jeden Fall lohnt es sich, auf jeden Fall die Folge nochmal anzusehen. Zudem sei gesagt, aktuell spiele ich Demon's Souls Remake of Platin im Stream durch, Montag und Mittwoch am 19. Uhr, könnt ihr gerne mal dabei sein, wenn ihr Bock habt. Und ich habe vor zwei, drei Monaten auch im Stream Dark Souls 3 durchgespielt mit allen DLCs und allem drum und dran und überlege die ganze Zeit, soll ich da mal ein Video raushauen oder nicht? Besteht da Interesse von euch, da nochmal zuzuschauen? Ich habe schon ein paar Videos hochgeladen, aber die noch nicht freigeschaltet. Der Rest ist immer noch auf der Festplatte und füllt die Festplatte quasi. Und ich überlege die ganze Zeit, soll ich es machen nicht? Lass mich das gerne mal wissen, hättet ihr da Interesse? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, lasst auch gerne ein Like für dieses Video da. Und jetzt wünsche ich euch mega viel Spaß mit diesem Video. Wenn es der Fall ist, lasst auch gerne ein Däumchen da. So, aber jetzt, let's go. Fangen wir mal an, ey. Machen ein neues Spiel. Granaten, Johnny, was geht ab? Ich nehme den Krieger. Ghost of North, was geht? Skeletor, was geht? Hermine, was geht? Ich müsste mal sagen, ob das laut genug ist. Oder ob es zu laut ist. Ob es zu dunkel ist vielleicht auch. Nö, 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 Nougat ring. Ich glaube nicht, dass Ivan anlernt, Leute. Da bleibt ja nichts übrig in seiner Nähe. Ist ein bisschen leise, oder? Oder? Ist ein bisschen leise, oder? Alter, geil. Chiller, was geht's? Sinon, ja, ich fang, äh, neu an. Dunkel? Viel zu dunkel? Okay. Viel zu dunkel? Also, wir sind in einer dunklen Höhle, also, das ist schon klar, ne? Aber es ist trotzdem echt zu dunkel, ne? Okay. Ja, hier kann man leider noch nicht durch, ey. Aha, Skeletor, aha. Ja, mal gucken, was man machen muss für Platinum, dann. Aber Sound hat noch keiner was gesagt. Sound ist laut genug, oder wie, oder was? So schön, so schön. Ähm, ob nochmal Battlefront kommt, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ja, ist doch gut, weiß ich doch alles. Oh, ich hatte so Zeitdruck beim ersten Mal. Preiset Baum, ja, ja, okay. Irgendwie kann man auf die Insel, glaube ich. Ich glaube, hierhin war ich auch noch nicht. Oder doch, ich glaube, hier war ich. So, geil, ey. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zweieinhalb Stunden, glaube ich, gespielt jetzt, gestern. Ja, gestern war das. Und, ähm, ich bin absolut geflasht. Das könnte echt das beste Spiel von From Software aller Zeiten werden, ne? Kann man nicht auf Deutsch stellen? Ist doch auf Deutsch. Du meinst Sprachhauskabel. Ne, gibt keine. Danke, Romeo. Besser als Bloodborne? Auf jeden Fall, ja. Ja. Ich glaube, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es besser würde. Das ist einfach das Best, auch von, von allem, was man bisher gesehen hat. Kann man hier runter? Ich probiere es einfach mal. Mal gucken, mal da hinten ist so ein Hüllenausgang. Oh, shit. Hier war ich noch nie. Wie kommt man da jetzt rüber? Er ist bestimmt hier... Er muss aber bestimmt irgendwo rein, ey. Oh, was ist das denn hier? Krass. Naja, das habe ich nicht gesehen in meinem ersten Durchgang. Alles klar, ciao. Du hast die Collectors vorbestellt, Serverfreak. Okay. Krass, Junge. Da hat jemand Money, ey. Wie weit bist du denn, Skeletor, mit Badman Metal? Wie bekommt man überhaupt ein Key? Anmelden. Hätte man sich anmelden müssen. DK, was geht? Old Gamer, was geht? Jum, danke dir. Jetzt sind alle Ritchy-Richs oder was? Äh... Ohohohoh! Geil! Alter, was ist das denn da hinten? Ey, das habe ich alles hier noch nicht abgeklappert, das kenne ich alles nicht. Marcel Kies, danke für deinen Stufe 1 Sub! Fünfter Monat schon, ey, dankeschön. Mir geht's gut. Nur für PS5? Ne, alle kommen schon. Ich hoffe einfach, dass ich im Februar das Geld habe, hier ist niemand durch. Achso, du hast hier einfach bestellt, ohne zu wissen, ob du das Geld hast. Was ist das denn, Alter? Ach du Scheiße, ich mache gar keinen Schaden. Und ich kriege übel Schaden. Okay, okay. Das hat sogar einen Schnabel, Alter. Nein, der war betäubt! Oh, der war... Jetzt! Was ist das denn? Oh, rein ins Arschloch! Jawoll! Bam, den noch mal hin... ey, warum hat das nicht gezählt? Noch mal hinterher? Alter, das ist ja mega geil, die Attacke! Heftig! Eierstock des Land-O... Land-Oktopus? Ne, Land-O-Wollte schon sagen. Einfach Land-Oktopus. Alter, geil! Das geht, Erik! Nochmal ein Eierstock! Der war rausgeprügelt. Also, da hinten war ja ein Höhleneingang. Wahrscheinlich kommt man damit dann auf die andere Seite, oder wie? Ja, und es ist halt wirklich looten, 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 man. Looten, leveln... Was ist das denn da hinten? Seht ihr das? Die Fußspuren da? Was bewegt sich da? Ist da irgendwas Unsichtbares? Boah! Aber es gibt ab und zu ein paar Rucklaber, das ist ja okay, das ist nur ein Test. Was? Was ist das hier? Was ist das hier? Wird Battlefield auch bei YouTube veröffentlicht? Es kam doch gestern ne Folge. Es kam doch gestern ne Folge. Was ist das hier, ey? Talent voraus. Aha! Okay, geil, geil, Kriegsasche. Also mit der Kriegsasche, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, kann man seine Fähigkeiten bei der Waffe ändern. Ach, scheiße, verkackt. Ach, scheiße, verkackt. Gegengift. Nice. So geil, das Game. Du bist bei der Hälfte? Okay. Okay. Du hast ja noch einiges vor dir, oder? Achso, und danke dir Skeletor für den Amazon Link. Welche Collectors Edition habt ihr denn vorbestellt? Mit der Figur, oder was? Oder direkt mit dem Helm, die auf 6000 limitiert ist? Direkt mit dem Helm, Mann. Wie viel kostet die? Die kostet, glaube ich, ein paar hundert Euro, oder so. Was geht, ey? Was geht, Rikaku? Batman Nightfall, ja. Aber das ist schon eine ältere Zeichnung, oder? Musst du mal vorher gucken, ob dir das gefällt von der Zeichnung. Nur die Figur. Ja, ist das schon ausverkauft, oder? Also, wenn ihr Reibach machen wollt, dann holt euch die Kiste. Holt euch die Collectors Edition und verkauft die direkt für 50% mehr. Er ist dann Shang-Chi gesehen und war begeistert. Nice. Verändern sich diese Abo-Zeichen? Die verändern sich, ja. So. Jetzt, wo war der Eingang jetzt hier zu der Höhle? Was ist das denn hier? Die kleine Schildkröte. Schildkrötenhalsfleisch, aha. Gibt es in dem Spiel auch eine Story? Es gibt auch eine Story, ja. Bist du bei Guardians schon durch? Schon lange, ja. Schon lange. Feuer versuchen. Höhle des Abweichlers. Okay, hier war ich noch nie. Am kompletten Strand war ich noch gar nicht. Was ist dein Lieblingsspiel des Jahres? Fähre ich am Ende des Jahres in den Videos erzählen. Wisst ihr doch. Februar wird teuer, ja. Ja, das stimmt. Okay, hier ist verdammt dunkel, ey. Was ist dein Zebra? Was ist gar nicht... Was ist eigentlich was? Ich sehe gar nichts. Wohin, ich sehe das immer was gar nichts. ist auch nicht viel besser wie fandest du Dragon Ball Z vom Spielprinzip was sind das für Fragen keine Ahnung langweilig Standard halt weiß nicht keine Ahnung nichts besonderes nehm eine Fackel in die Hand alter das ist ja alter Junge das ist der Tipp das ist der Wahnsinn das ist der Tipp warte mal ich hab gar keine Fackel ich nix Fackel ui 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 scheiße Dreck guck mal hier ist doch hell hier ist doch hell alter oh ok das ist ein Boss den hab ich noch nicht bekämpft der Angriff ist sogar alter holy shit ey boah let's get it Jake Nachtschicht im Hafen? Krass Ist auch hart, ne? Kann man sich anschleichen? Meint ihr, man kann sich anschleichen? Was ist es? Ah, da kann man mehrere Angriffe hintereinander machen. Ach, geil. Papistol! Junge, wie viele Gegner das sind? Das ist ja nicht mehr normal. Ich hab ihn gleich. Lass mich! Lass mich! Alles klar! Glöcci ist halt doch zu weit weg, oder was? Das ist unfassbar, Junge. Ja, alleine kannst du nix, wa? Alleine kannst du nix! Guck mal, wenn ich diese scheiß Angriffe spame, du Rattengesicht, ey. Oh, Ruckel! Nein! Nein! Oh, nein! Oh, nein! Wie er überlebt, wie er das überlebt, ey. Der kleine Fickfrosch hier, ey. Ne, Demon's Souls wird heute nicht mehr weitergespielt. Ich spiele jetzt Elen Ring. Ich nutze doch jetzt die Chance, wenn ich noch Elen Ring spiele. Also ich müsste noch Elen Ring und nicht Demon's Souls. Das Jux, was ist da los? Ist aber logisch. Wo schlägt der wieder hin, Alter? Der steht doch da vorne. Warum trifft der ihn denn aber nicht? Sag mal, wie lange holst du aus, Junge? Jetzt schlag doch! Schlag! Nimm ihn! Sein Leben! Komm her, ey. Meine Fresse! Kann ich auch anstellen, hier. Heute schläf ich auch noch mit, ey. War doch easy, First Ray. Leute, was ist denn los hier, ey? War richtig einfach. Wo geht's jetzt hier hin? Boah, dieser Angriff ist so sexy, ey. So, sei du mit dir, ey. Schmiede fremeln, ey. Fit, Mann, was geht's? Oh, Jack, danke für deinen Stop, Mann. Wie geht's dir, ey? Heute mal Zeit, oder bist du wieder auf Arbeit nebenbei? Ist nur am Business machen, ey, ey. Ja, Mann, der ist nur am Business machen. Ach, guck mal, wir sind jetzt auf der Insel. Perfekt. Hau rein, Mr. Donny. Jetzt ist halt die Frage, was man hier machen kann, ne? Ja, Mann, was geht's? In dem Sinne, Toni, was geht's? Okay. Kirche der Drachenkommunen, was? Ah, Mann, was geht's nicht mehr, was geht's nicht mehr? Hm. Find man ja, auf jeden Fall. Könnte das beste Spiel von ihm werden. Äh, gab es natürlich auch so einen Skandal mit Twitch? Was für ein Skandal, Jack? Was meinst du? Das kann doch, also irgendwie sieht es so aus, als wenn man die Flamme aufnehmen kann, oder? Das sieht so aus, als wenn man irgendwie was mit dem Drachen machen könnte, oder nicht? Oh, du Sun, was geht's? Wie spät ist denn das? Okay. Das ist 23 Uhr, kann man doch zocken, ne? Das sieht so aus, als wenn man das irgendwie nehmen könnte, wa? Diese scheiß Nachrichten, die nerven so krass. Hm. Etwas Unglaubliches, was hat er angeschrieben? Vorsicht vor Befleckter. Hä? Das sieht so aus, als könnte man hier irgendwie was machen. Also die Flamme brennt doch nicht ohne Grund noch bei den Drachen. Das ist doch irgendwie irgendwas, ist das doch. Hätte ich nur einen Sarg. Ja, gut, alles klar. Hm. Ja, keine Ahnung, ja. Strong Passion, was geht's? Hm. Ja, keine Ahnung, äh. Keine Ahnung, was man da machen kann, Mensch. Ähm. Bauen wir mal ab. Bauen wir mal ab. Vielen Dank.